Ja, dann schaut das ja wenigstens ein bisschen schöner aus. Hallihallo Lüchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Monster. So, und ich wollte hier ein bisschen schauen, dass ich das im E-System wieder ein bisschen ausbaue. Dafür brauche ich Sand. Und für Sand brauche ich Wüste. Also Glas. Und die Dinge hier wollte ich jetzt auch mal bauen. Ich mache mir hier jetzt mal schnell aus diesem Dings hier da unten schnell was. Ja, ich weiß, die sind auch nicht hundertprozentig geschnitten. Aber so kann ich jetzt wenigstens hier hoch und runter, wie ich will und muss nicht jedes Mal schauen, dass ich da richtig stehe. So. Wüste war hier, genau. Und hier hinten war irgendwo, genau, meine kleine Abbaustation, wo ziemlich viel fehlt schon. Da können wir einfach durchmassieren, genau, rassieren. Wir können einfach mal durchmassieren. Irgendeinen verhärteten Muskel werden wir schon finden. Äh, so. Und hier runter. Und dann hier mal durch. Dadurch dürften wir einiges bekommen an Sachen, die wir dann zu Glashilfe... Krashilfe, da ist... Okay. Hm. Ich habe irgendwas im Hals. Hm. Das nervt. Hm. Und wenn ich dich dicht mache, okay, dann ist hier wieder frei. Ich bin so langsam im Fliegen und ich habe keinen Plan, wieso. Äh. So, hier wäre noch ein bisschen... Ach, das ist Quarz und nicht Mabel, okay. Hm. So, und hier. Wo ich die ganze letzte Folge mit drauf noch mit verbracht habe. Nämlich den, ähm... Porter Spawner zu bauen. Wurde mir geschrieben, ich kann das Ding hier ja auch einfach mit dem hier bewegen. Äh, muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, es stand da Taste G, wenn ich mich nicht täusche. Ja, hast recht. Ich bin blöd. Hm. Stirb. Bitte. Danke. Trotzdem finde ich es irgendwie lachhaft, dass der Porter Spawner dann komplett vernichtet wird, nach einmal benutzen. Ich meine, was soll denn das? Was soll denn das? Du bekommst hier deine Energie, obwohl es nicht so viel ist, wie ich gerne hätte. Diese muss ich auch mal irgendwie ausbauen. Das ist einfach zu klein. Hm. Hier muss ich dann auf jeden Fall hoch. Wobei ich das wahrscheinlich hinter der Wand mache. Ah. Genau, dann brauche ich jetzt hier euch beide. Pulvergisierer und Redstone Ofen. So, und die Kisten bräuchte ich theoretisch auch. Wobei ich noch nicht weiß, wie ich das hier am besten dann unten einbauen könnte. Hm, ich mache das jetzt hier erstmal da. Sollte ich das hier dann, ich werde das Ganze hier ein bisschen schöner aufbauen. So, der Magma Crucible sollte dann hier hin. Und der Pulvergisierer hier. Und der Redstone Ofen hier. Äh, okay. Energieleitungen habe ich noch genug. Ach, es ist so schön draußen, die Dinger. Lecke ich die hier mal so. Könnte ich daneben hier noch die Truhen bauen. Habe ich hier eigentlich noch welche drin? Nein. Äh. Müsste ich hier mit Item Ducts. Achso, ich habe nur noch eine da drin. Dann habe ich welche einstecken, oder? Sind meine ganzen Item Ducts hin? Meine Fluid Ducts, sind die auch weg? Fluid Duct, eine. Oh, Mann. Fluid Transposer, einen, den ich schon habe, okay. Item, dann hole ich mir die eine Item Duct da auch noch mit raus. So, dann kommst du hier hin. Und du kommst hier hin. Äh, du musst hier gedreht werden. Und bei dir ist es glaube ich egal, oder? Ich glaube schon. Ähm, dann muss Glas hier rein. Äh, ich muss mal hier probieren, ob das so funktioniert, wie ich das will. Ähm, dann brauche ich die Truhen. Schaut es denn bei euch aus, Truhen. Habe ich euch jetzt so weit entleert, oder ist da... Da ist noch ziemlich viel drin. Okay. Wie ich das machen soll, weiß ich noch nicht ganz. Bei dir ist was drin, bei dir ist auch was drin. Habe ich denn irgendwo noch eine leere Truhe, die ich irgendwie mitnehmen kann? Äh, du bist aus, oder? Ja. Dich habe ich ausgemacht. So viel Koppelstone brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Sag mir... Natürlich habe ich den Teil der Truhe erwischt, der voll ist. Ich habe Glück. Äh... So, nach unten. Zwei Trühchen habe ich. Das heißt, ich brauche noch die restlichen Item-Ducks wahrscheinlich. Ich nehme sie einfach mal mit. Sämtliche... Genau, die pneumatischen müssten ja auch mit rauskommen. Und dich nehme ich auch gleich mit. Oh, nach unten. So, da ist unten. Jetzt lasse ich mich durch die Tür. Hm... Ja, das muss ich noch umändern in das Glaszeug. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Äh... Wenn ich dich hier jetzt dahin direkt stelle und da rauswerfe, geht's nicht, weil du eine Item-Duck brauchst. Okay. Äh... Dann muss ich dich hier jetzt wegschmeißen. Äh, nicht wegschmeißen. Abbauen mit dem hier. Ja, aber so funktioniert es ja auch nicht, wie ich will. Hm... Okay. Äh... Wenn ich das hier so hinmache, sollte das hier auf jeden Fall schon mal funktionieren. Schiebst du raus? Ja, du schiebst raus. Dann könnte ich hier die andere schon mal hinsetzen. Die rein schiebt. Ähm... Nein, das ist falsch. Äh... Da ist das Ding. So, und hier oben hin muss ich dich setzen. Dann brauchst du den hier. Musst auf, ähm... Ignorieren. Und du musst so eingestellt werden. Dann könnte ich theoretisch hier oben die andere Kiste draufsetzen. Wenn ich eine dabei hätte. Ich baue mir jetzt einfach noch eine. Holz habe ich hier genug hier. Äh... So. Kiste. Ähm... Ne, so nicht. Äh... Du weg. Du hin. Und du musst hier ziehen. So. Dann kann ich hier Marble reinsetzen. Muss ich mal schauen, wie ich das hier dann alles abdecke. Äh... Was habe ich denn da für Möglichkeiten mit der Chisel? Gibt es ja eigentlich auch eine Säge, die nicht komplett immer zerstört wird. So. Chainsaw ist, glaube ich, nicht das, was ich momentan will. Ähm... Ne, Sawblade. Sawblade, was kann ich denn da mit dem Sawblade machen? Basic Woodcutter. Nein, das ist auch nicht das, was ich will. So. Ich habe... Ah, ich habe sie hier reinstecken. Ähm... Dann brauche ich Marble. Oder mache ich das nicht mit Marble? Mache ich das... Arcana Steinblock? Ne. Basalt Cover. Schaut denn das aus? Wenn ich hier Basalt Cover davor klatsche. Einfach mal schauen. Ne, schaut irgendwie komisch aus. Vielleicht gibt es aber... Kann ich die Basalt Cover so schon machen? Nein. Muss ich natürlich zusammen craften. Es ist jetzt wieder sowas, wo jedes Mal einer übrig bleibt. Ähm... Ach, ich kann so die Stein-Dings machen. Ähm... Hier mal ein bisschen hoch. Was für Zeug ich da alles noch drin stecken habe. Brauche ich doch jetzt momentan nicht. Kann ich hier raus? Nein, ich kann hier nicht mal irgendwas draus bauen. Äh... Was nehmen wir denn dann? Es sollte vielleicht irgendwas Weißes sein. Äh... Mir schaut es mit Quarz aus. Quarz. Quarz. Und Quarz kann ich nichts machen. Okay. Aurora Block. Dem kann ich so natürlich nichts machen. Dachte ich mir auch. Kann ich dich zersägen? Ne, kann ich auch nicht. Naja, dann bringst du mir eh nichts. Ähm... Nein! Die Säge. Die Säge. Ich habe die Säge zurückgelassen. Äh... Habe ich... Nein! Jetzt löscht doch einfach alles raus hier. Was könnte ich da reinsetzen? Was einigermaßen cool ausschaut. Feuerholz? Ähm... Blutholz. Das könnte ich mir ganz schön vorstellen. Bricks. Vielleicht gibt es da irgendeine schöne andere Optik von den Bricks. Darkwood wäre natürlich was. Däugt eher weniger. Äh... Factory Blöcke. Das wäre doch auch was. Wobei, die sind nicht in dem Resource Pack mitgegangen. Das... Das würde nicht gut ausschauen. Ähm... Cracked Stone Bricks. Ne. Feeder Lock. Das ist... Glowstone Panels. Das wäre doch eigentlich auch ganz geil, oder? Die Frage ist, wie durchsichtig ihr dann seid. Ähm... Wenn ich euch so zersäge... Wenn ich euch so zersäge... Äh... Äh... So hinten dran müsste theoretisch auch noch was. Beider kann ich noch mit diesen Panels arbeiten. Schaut doch nicht mal so schlimm aus. Äh... Ja, dann machen wir das doch. So, dann müssen wir die hier wegsetzen. Äh... Mh... So, und hier hinter. Und hier oben weg. Dann bekommen wir hier schon mal eine schönere Ansicht. Was ist denn da rechts? Da rechts ist eigentlich auch nichts. Ja, dann machen wir hier... So ein bisschen Glowstone-Dings außenrum. Es ist nicht so schlecht. Ich meine, da kommt ja eh die Kiste hier oben drauf. Und... Hier und hier. Ja, dann schaut das ja wenigstens ein bisschen schöner aus. Äh... Glas. Kann ich mir jetzt die MI-Kabel bauen, die ich brauche? Äh... Dafür brauche ich den Quarz. Nein, nicht Quarztast. Das... 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 Fluix-Dast heißt das Zeug. Und das Glas. Neun Stück. Was brauche ich denn für dich? Ah. Hier eben... Neh... Mach ich es eben so. Hallo? Hier, das hier. Nether, Zertus, Redstone. Okay, kann ich jetzt so oder... Ne, du gehst hier ja jetzt auf das hier wieder. Auf U auch. Dann... Ah, Mann. Dust. Dann... Fluix-Dust. 32. Dann... Kabel. MI-Kabel. Und 24. Ist schon mal ein bisschen besser. Jetzt könnte ich doch theoretisch, wenn ich hier alles richtig angeschlossen habe, da meinen ganzen Sand reinschmeißen. Da müsste er dann hier ankommen. Ja, es funktioniert soweit. Dann könnte ich auch hier mal aufbuddeln. Wobei ich muss, glaube ich, vom Controller weg. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es wäre ja blöd, wenn ich nur vom Controller weg könnte. Äh, ich komme hier jetzt da gar nicht hin. So, ich muss hier auf jeden Fall durch. Diese Richtung. Äh, da hinten ist der. Ja. 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 Und hier müsste oben irgendwo genau, da ist er. Das würde auf keinen Fall reichen. Dann könnte ich dich hier auch aber einen zurücksetzen. Ja, du störst mich da theoretisch. Oder besser gesagt, du störst mich nicht. Aber du kostest halt... Oder kosten tust du auch nichts. Aber du schaust halt nicht so schön aus da. Äh, habe ich jetzt hier alle eingesammelt? Ja, habe ich. Da muss ich mal schauen, wie das reicht mit dem Kabel. So, hier. Ich hätte vielleicht auch treffen sollen. Das heißt, ich muss mich hier nochmal außenrum das ganze Zeug bauen. Äh, so. Und hier. Und hier. Und hier. Und hoiho. Jedes Mal. Lasse ich irgendeinen aus. Das ist doch Mist. Hm. Natürlich baue ich es auch so jetzt auf, dass ich da nicht mehr durchkomme. So, du hier oben. Das heißt, du müsstest hier auch einen zurück... Ich mag die Turrets irgendwie. Die sind schön. Cool. So. Und dann müsste ich hier auch einen anderen einbauen können. Na ja, dann machen wir das Kabel hier nochmal kurz weg. So. Glas. Ich wollte die Truhe nicht drehen. Wollte sie aufmachen. Äh, so. Und. So. Dann haben wir hier wieder 19 davon. Und wir haben jetzt auch kein Dust mehr. Dafür müssten wir erst wieder was anderes farmen. Na ja, dann schauen wir doch mal, ob wir Glück haben und das Zeug reicht. Äh, schaut nicht so schlecht aus. Ich will aber noch nichts beschwören. Ja, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. So. Nein. Blöde Cover. So. Und hier. Dann. Ja, es wird angezeigt, zwei sind verbunden. Dann brauchen wir M-E-Ne-Wireless. Was brauchen wir denn für diese Dinger hier? Redstone, Sertus, Quarz, Eisen. Nehmen wir jetzt mal sieben mit, um zu schauen, wie viel davon genutzt werden kann. Können. Wesentlich mehr als ich dachte. Okay. Ich glaube 16 können da rein. 4. 6. 7. 8. 9. 10. Schauen wir mal mit den 10, wie viel da jetzt reinpassen. Ja, genau, 16. Und dann eine brauche ich noch. Eine brauche ich noch. Habe ich aber nicht mehr. Okay. War all den hier oben. Dann werden wir hier jetzt zwar ein bisschen nach unten setzen. Aber. So, hier unten. Und. Da bist du. Wenn ich dir hier jetzt alle gebe. Sollte ich eigentlich hier recht gut. No signal. Ach, ich muss das Ding hier wieder verbinden. Äh, so. Da unten. Hier rein. Und da rein. Bist du verbunden. Hier habe ich Signal. Und wenn ich jetzt. Gehen wir mal zu dem Enderman da hinten. Habe ich auch noch Signal. Das ist doch schön. Hallo Enderman. Und hallo kleines Kind mit komischer Rüstung. Seit wann haben die kleinen Kinder hier diese Rüstung an? Hm. Äh. Wohin du geführt hast. Oh, ich sollte vielleicht auch mal was essen. Wäre ein bisschen sinnvoll. Wieso kommen denn die ganze Zeit die kleinen Kinder jetzt hier? Ist doch. Ist doch sinnlos. Danke, dass du mich wenigstens hast essen lassen. Jetzt darfst du sterben. Äh. Ich will sehen, wo du hinführst. Ah. Eindeutig nach unten. Hm. Ach, du warst da vorne von dem Feld. Stimmt ja, das funktioniert ja jetzt nicht mehr. Ist Mist. Ich müsste dich theoretisch nach da vorne umsetzen. Ja, mit dir wollte ich eigentlich eh nicht mehr arbeiten. Nicht, dass ich dich nicht mag, aber ich habe so viel Holz momentan. Außerdem hast du das hier hinten so ein bisschen zerstört. Das finde ich schade. Oder war ich das selber? Egal, ich schiebe es einfach auf dich. Du bist schuld. Äh. Äh. Jo, jetzt habe ich das hier. Es ist doch schon mal wieder ein bisschen besser. Ja, dann. Es schaut jetzt nicht mal so schlecht aus, das hier. Nein, mein Turret wird sterben. Wieso haben die nur so wenig Gesundheit? Das ist doch Mist. Kann ich dich umschieben? Das ist ja Mist. Ich habe nicht gedacht, dass ich euch so einfach umschieben kann. Erschieß mich. Nicht. Sagst du auch irgendwas, wenn ich direkt vor dir stehe? Du hast auch nur ein HP. Irgendwie schaut er anders aus. Was bist denn du für einer? Was zur Hölle hast du an? Dropst du irgendwas davon? Nee, nur Rotten Flash. Und ein Spinnchen. Äh. Wieso greifst du mich an und du mich nicht? Spider? Spider. Das würde ich jetzt gerne erfahren. Ich schenke dir mein Herz. Dann halt nicht. Äh. Ah, das ist ein kleines Bäumchen. Hier muss ich auch noch zu machen. Weiß ich gar nicht. Habe ich davon den Stein dabei? Ich glaube nicht. Wobei, da könnten wir so als Mittelstein hier irgendwie sowas reinsetzen oder so. Das würde dann nicht mal so schlecht ausschauen. Wobei, gibt es da auch noch eine bessere Variante davon? Ich baue natürlich den direkt daneben ab. Weil ich intelligent bin. Ah. Hier fliegt so eine kleine Fliege rum. Ich hasse diese kleinen Viecher. Ich meine, ich bin schon kein Freund von den großen normalen Fliegen. Aber diese kleinen, die finde ich wirklich sehr, sehr, sehr nervig. Nehmen wir den gelben? Oder nehmen wir den hier? Schauen alle irgendwie interessant aus. Aber man merkt halt, dass das nicht im Resource Pack drinnen ist. Ich glaube, es gibt aber auch keines, bei dem man das nicht direkt merken würde. Factory Block. Wobei, der hier schaut durch seine Form und sowas eigentlich ziemlich HD, sagen wir es mal so aus. Hier müssten wir auch irgendwas hinsetzen, woraus wir Lava holen könnten. Ich fülle dich jetzt mal kurz auf, weil so schaut es einfach nur blöd aus. Äh. So, ich weiß, die Trommel könnten wir zum Beispiel nehmen. Und wieso bricht jetzt auf einmal die Framerate ein? Das ist doch gemein. So, die Turrets fighten wieder gegen irgendwas. Okay, da ist noch ein bisschen was drinnen. Blut. Ne, ich bin da nicht reingestiegen. Das war irgendein anderes wie ich. Na, dann interessiert es mich nicht. Na ja, dann haben wir ja heute wieder schon ein bisschen was geschafft. Haben die hier mal unten ein bisschen verbaut. Haben unser Wireless im E-System mal angeschlossen. Euch werde ich hier aber weg machen. Habe ich noch Glass Cover irgendwo? Cover. Ne, aber ich habe ja jetzt Glass. Glass. Äh, dann mache ich das noch schnell. So. Das sollte eigentlich reichen. Ihr seid das Kleinste. Ne, so muss ich euch schneiden. So. Dann müsste das hier so funktionieren, wie ich mir hoffe. Nein. Wieso baue ich alles ab? Nur nicht das, was ich will. Äh, du hier hin. Und du. Hier hin. Dann da. 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 Dann in die Ecken noch die Dinge hier, damit es schöner ausschaut. Und theoretisch, nee, ich kann eigentlich da nichts draufsetzen, weil ich dann sonst nicht mehr hochkomme. Doch, komme ich, aber ich komme nicht mehr runter. Was ist denn das für eine Mechanik? Äh, okay. Dann hier aufsetzen. Und die hier weg. Und dann könnten wir hier noch diese kleinen Dinge hier drauf machen. Das schaut dann wieder ein bisschen, äh, ja. Ja, ob es jetzt schöner ausschaut oder nicht, ist Geschmackssache. Aber es ist was Besonderes. So, theoretisch könnten wir dann auch die hier so seitlich machen. Ist auch ganz schön, äh, ich bin gleich fertig, keine Sorge. So. Und hier hin. Haben die hier wenigstens so ein bisschen, ähm, wie Gitter oder sowas. Eine Optik. Okay, dann haben wir das ja auch mal ein bisschen, ähm, gleichmäßig gemacht. Zudem da oben, da oben, das Ding, da werde ich noch rein machen. Äh, ne, da. Da haben wir ja einfach noch welche hier. So. Mal mein ganzes Zeug hier wieder ein bisschen rein schmeißen. Ist mir jetzt egal, ob es sortiert ist oder nicht. Oder wie auch immer. Äh, hier hoch. Du hoch. Und bumm. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.